Ich mache einfach mein Ding, Chat. Ich mache das, was mir Spaß macht, wie zum Beispiel dieses Gamezocken hier. Das macht mir richtig viel, sehr viel Spaß. Und falls das irgendwann mal dazu kommen sollte, dass irgendwelche Leute mich nicht mehr mögen oder nicht mehr schauen wollen, dann ist das so. Das ist das Schicksal, Chat. Es steht alles so geschrieben, wie es ist. Dagegen kann man nichts machen. Es gibt keine Zufälle, meine lieben Freunde. Es gibt keine Zufälle. Merkt euch das. Dagegen, ich habe gestern Sydney nach seiner Bitcoin-Adresse gefragt, damit ich ihm Geld senden kann. Dagegen, er hat mir vier verschiedene Adressen geschickt. Zwischendurch war auch einfach meine Ethereum-Adresse, der Wichser. Zum Glück habe ich ihm noch nicht das komplette Geld geschickt. Macht Zeit, Lupe? Nein. Nein. Was bringt Zeit, Lupe? Okay, wir sind wieder da. Wir sind wieder da, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Slow-Mos, wir-Champ. Tschüss. Tschüss. Also, ich sage, Elia soll morgen auch Only-Up spielen. Und Willy. Mal gucken, ob sie es schaffen. Ich glaube nicht. Oh, oh. 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 Okay. Mein Call ist heute. Perfektes Game für eine Win-Challenge. Dieses Game kannst du nicht in eine Win-Challenge packen. Also, wer das Game in eine Win-Challenge packt mit einem Fortnite-Back-to-Back oder sonstiges, ist wirklich wahnsinnig. Also, ihr seht mich Freitag bei einer Win-Challenge mit dem Game und Fortnite-Back-to-Back. Oder maybe doch nicht. Das kann nicht sein. Nee, oder? Nee, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Konzentration jetzt. Würdet ihr das in Real-Life spielen, wenn es das geben würde? Mit genau den Fähigkeiten, die ihr habt. Aber wenn ihr runterfallt... Also, ihr habt nur drei Leben. Also, ihr dürft insgesamt nur dreimal runterfallen. Wenn ihr es schafft, kriegt ihr... Kriegt ihr... Ähm... Habt ihr ausgesorgt für euer Leben? Wir sagen mal 50 Millionen. Rauf da. Ja, ja, niemals schafft man das. Also, in Real-Life kackst du doch... In Real-Life würde man doch niemals so einen Sprung schaffen. Also, ich würde es nicht machen. Hier, wir sind ja da. Ja, ich würde es nicht machen. Ja, ich würde es nicht machen. Ja, ich würde es nicht machen. Oh, man. Also, niemals. Ich glaube auch nicht, dass es ein Mensch schaffen würde. Auch bei drei Versuchen glaube ich nicht. Mein Call ist nein. Lager. Ada. Ada würde ich schaffen, Chat. Wenn Ada sich in seinen Kopf setzt, das zu schaffen, dann schafft er. Du bist du. Du bist du. Ada würde ich zum ersten Mal versuchen. Okay, wir haben wieder die Abkürzung. Alter, 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 entspannen Sie sich. So, let's go. Wir sind wieder sehr weit oben, denn, 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 Rohat hat nämlich eine kleine Abkürzung auf TikTok gesehen. Watch this. Watch this. Merkt euch das an alle, die das Game selber vielleicht mal zocken wollen. Merkt euch diesen Trick hier. Goodbye. Ufff! Ufff! Ach, 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 ach. Ach ja, meine lieben Freunde. Leben ist schön. Alter, alter, alter. Und hier sind wir. Das ist wirklich eine crazy Abkürzung. Let's go. Und hier sind wir. Jetzt Konzentration. Denk mich nicht ab, Chat. Könnte man nicht... Oh mein Gott. Easy, 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 easy. Okay. Kannst du noch in den Spiegel schauen? Hä? Das ist eine ganz normale Abkürzung in dem Game. Das würde jeder genauso machen. Tut nicht so, Chat. Ihr würdet es genauso machen. Wie viel kostet das Game? Ich glaube, 7, 8, 10 Euro so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, ungefähr so. Hier. Keep it in a wrap. Let's go. Ich bin wieder oben. Ich bin wieder oben. Ab jetzt Konzentration. Wuhu. Wuhu. Oh. Warte, wann ziehst du das mit Ada durch you versus you? Würde mich sehr freuen. Bro, wenn ich in Berlin wohne. Aber es ist halt, weil ich mit ihm dann zusammen trainieren gehen kann und so. Und so ein richtiges Format draus machen. Aber das Problem ist, dass ich nicht in Berlin bin. Weil ich halt was brauche für mich und meine Familie zusammen so. Und das ist nicht so einfach und ja. Ich hab drei Makler, die glaube ich gucken. Wie weit bist du schon gekommen? Boah, schon, also. Ich war schon, also hier, ich sag gleich wo. Also auf jeden Fall gleich. Sind wir an der Stelle. Oh mein Gott. Let's go, wir sind da. Danke euch für die ganzen Subs, für die ganzen Primes. Prime ist kostenlos. Ihr könnt einen Streamer eurer Wahl kostenlos unterstützen. Yes. Okay. Let's go. Boah, der Part ist wirklich schwer hier oben. Also dieser Part jetzt ist wirklich sehr, sehr schwer. Da oben mit den Mülleimern und so. Und das Ding ist, diese hässliche Sonne blendet auch noch die ganze Zeit. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Okay, hier, hier, das ist einfach nur eine Zeitsache. Zeitsache und Geduldigkeitssache. Und Geduld hab ich. Okay, wo geht's lang? Hier und dann darüber. Also der Weg hier unten ist länger, aber dafür sicherer, oder? Ich mach einfach den hier, weil ich kein Lacher bin. So wie andere. Maybe doch ein Lacher. Let's go. Wir haben's, oder? Alter. Let's go. Okay, und hier sind wir, hier haben wir beim letzten Mal verkackt, glaube ich. Das war das Weiteste, was wir gekommen sind. Nee, scheiß auf das Bett. Trust me, Chad. Ich mach das so ohne Bett. Gut. Okay. Oh mein Gott. Vielleicht benutze ich das Bett hier vorne. Ich brauche kein Bett. Ne, ist ein Labyrinth. Nein, oder? Nein, oder? Aber sag nicht, man kann hier irgendwo runterfallen. Okay, nach rechts. Exit. Ich habe Angst. Hier. Oh mein Gott. Der zeigt den falschen Weg an, der Wichser. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, es muss hier links lang sein und dann rechts. Okay. Das haben wir schon mal. Wo geht es hin? Was ist denn das? Hallo? Ey, ne. Hier. Hier. Und hier. Let's go. Maybe hier noch? Ne. Also, ich bin wirklich weit oben, ne? Ich bin gleich Wolken vorbei. Fucking sleeper, man. Okay, ich muss wahrscheinlich da lang. Oh mein Gott. Alter, was sind das für Sprünge hier? Hier. Oh. Okay, hier rauf. Sleeper, Mann. Let's go. Let's go. Okay, jetzt, jetzt full concentration. Ne. Wie soll ich denn? Also, ne. Ne, 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 ne. Das sehe ich nicht ein. Oh. Oh mein Gott. Wann ist es vorbei? Wie lange geht das noch? Oh. Okay, let's go. Wir sind bei 30%. Ich hab's gesagt, ich schaff das heute noch. Okay, und wo muss ich jetzt hier lang? Ich glaub, wahrscheinlich darüber. Ich bin ja da. Like Friday, Alter. Let's go. Let's go Also jetzt ist wirklich Jetzt ist full concentration chat Ich darf nicht die chat lesen Ich muss hier rauf und jetzt hier hoch Alter Schwede Junge Ich ein fucking Macher bin deswegen Weil ich ein verfickter Macher bin Merkt ihr das chat Okay hoch oder runter Neh, oder? Okay go Boom哥 Now Looks It's aussi Toilet Von Alter! Okay. Wo geht's jetzt hin? Was sind das für Bowlingkugeln? Ich will das nicht. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo rauf. Wo muss ich hin? Ich muss hier so rüber? Ey, kann ich nicht sogar diesen Sprung hier schaffen? Mit Anlauf? Was muss ich denn sonst machen? Ihr wollt mich nur brechen sehen, Schat. Ich geh dir nur meinen Weg. Ihr Wichser. Oh mein Gott. Strike. Macht Platz. Ich brauche Anlauf, Baby. Yes! Oh mein Gott. Okay, hört mir zu. So weit war ich noch nie. Ich weiß nicht, was die nächsten Sprünge sind oder Sonstiges. Ich sehe nur ekelhafte Füße. Die nicht mal weiß lackiert sind. Oh mein Gott. Ich backe. Ich backe. Ich backe. Nee, nee. Ich backe. Ich backe. Ich backe. Okay. Nein. Alles mit der Ruhe. Das war bis dahin nicht schwer. Das war nicht so schwer hier. Es ging klar. Es war nicht so schwer. Okay. Okay. Ich glaube, es war nicht so schwer. Wichtig, 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 wichtig. Hier hoch. Dann hier hoch. Okay. Jetzt den Jump da vorne nochmal. Okay, wir sind wieder da. Einfach hier durch. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Die Musik pusht mich. Hier geht's weiter. Maybe jetzt die Treppe. Ja, ja, ja. Ich schlau neben mir. Und da sind wir. Und da sind wir. Wo muss ich hin? Oh, über die Autos. Oh mein Gott, kurz gepanickt. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich seh schon langsam den Himmel. Ich seh. Oh mein Gott. Boah. Das war knapp. Holy shit, was ist das für ein Bastardspiel? Junge, Junge, Junge. Da oben ist es, Chad. Seht ihr es? Da oben ist es. Und das ist es. Puh. Nee. Nee. Nicht auf dieses Motorrad, oder? Ich springe direkt auf das Taxi. Weil ich es kann. Deswegen. Okay, was ist jetzt Sache? Moin, 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 moin. Hallo, Freunde. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert noch. Da oben ist ein Ballon. Muss ich runter? Muss ich hier hin? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist ein Jumphead. Hallihallo! So. Hier sind wir, Freunde. Oh, nee, ne? Das sieht gestört aus. Ein falscher Sprung und das Ding ist durch, ne? Digga, das war so close. Alter Schäde. Oh, Pi, danke dir für den Zapp. Oh, Pi, danke dir für den Zapp. Let's go. Und jetzt da rein? Jetzt hier rein? Das nimmt ja auch kein Ende, what the fuck, ja. Alles, das Game ist wirklich schlimm. Ich zitter beim Zugucken. Ich glaube, Leute mit Höhenangst können dieses Game nicht zocken. Ich fahre da jetzt nicht mit dem Fahrrad lang. Oh, nee, hier sind überall Fahrräder auf dem Weg. Wir sehen schon die Wolken. Wir sehen schon die Wolken. Muss ich rein? Da vorne ist ein Bett. Komme ich von dieses Bett darüber? Ist jetzt die Frage. Ich hätte, wenn ihr mich verarscht, ne? Ich würde sagen, ich weiß, was ich... Und wir sehen uns die Windhabe. Dann schiff dir, wenn ihr auf ihrem... ... ... ... ... ... ... Wir sind da Fahrstuhl Und damit sind wir Über Den Wolken Oh Ich bin jetzt so bei 50% Oh mein Gott Ich kann's schaffen Ich kann's von mir schaffen Kann ich hier auch rein Hier Was ist denn das? Oh richtig geile Bude Chat Oh ne es geht weiter Ja Was willst du mit nem iPad? Dann lieber nen Laptop iPad kommt sie niemals klar mit Nein ich hasse dich Verpiss dich aus meinem Zimmer Oh mein Gott Bitte verpiss dich Oh Scheiß auf das Bett Der Papst ist easy Dafür brauche ich kein Bett Oh mein Gott Und jetzt wieder da hinten Alter Ich hätte keinen Bock mehr Sowas gibt's nicht Sowas gibt's nicht bei mir Okay Sowas gibt's nicht bei mir Let's go Oh Ich bin gay Oh Ich lot Schwänze Oh Okay Also bis Da Also es war gar nicht so schwer Bin ich so weit runter? Ich weiß nicht Ich kann's nicht einschätzen Was noch Also wie viel noch kommt Ob das viel oder wenig war Pfff Ist das easy Dieses Game Okay Hier rauf Da rein Let's go So Lacher Game Also Ja Für euch ist alles ein Lacher Ich könnte Ich könnte Ich könnte das Game jetzt durchziehen Durchzuspielen Und danach könnte ich Warzone Back5back holen Und es wäre trotzdem Lacher für euch Dass ihr euch nicht schämt Oh mein Gott Ich hab den Chat gelesen Nicht paniken Und ab hier ist alles easy Okay jetzt nur noch Windrad hoch Easy 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 Dann haben wir es wieder Mit dem Bett Ich weiß nicht Ob das mit dem Bett nochmal funktioniert So einfach Ja Windrad Ihr wisst doch was ich meine Riesenrad Ist man schneller Wenn man anlaufen nimmt Ähm Mit dem Bett da Nee Okay Geil wäre Wenn man ein Fahrrad Hier Langfahren könnte Aber das geht nicht So Da sind wir doch wieder Let's go Ich überlege Ich überlege von hier Abzuspringen Aufs Bett Guck mal Werde ich einfach Vergehen Zu weit Oh mein Gott Hilfe Das war fast zu weit Und da sind wir wieder Ey das ist ne geile Bude Ne Welchen Sprung hab ich denn nicht geschafft Der war's Der war's Der vorne Den hab Hier Hier Irgendwo hab ich verkackt Oh mein Gott Was ist denn das Tschüss Tschüss Oh mein Alter Was wollen die von mir Was wollen die von mir Oben drauf Ich soll mich so drehen Dass ich Ah Ne Hä Wie komm ich denn da hin Kann man da raufspringen Da oben Resortür Hä Kann man hier Raaufspringen Chat Seid ihr euch sicher Dass man hier Raaufspringen kann Und jetzt Und jetzt wohin 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 Aufs Geld Das schaff ich niemals Äh niemals Guck mal Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht So und dann hier oben rauf So spielen nämlich die Pros Love Gibt keine Liebe Sage ich Soll ich das schaffen What fortune What fortune Didn't give She can't take away Let's go Okay Es gibt Gewitter Okay Sommergewitter In meinem Block Dreh den Regen Ganze Nacht Sommergewitter An meinem Block Tut das Leben Ganze Nacht Okay Hier ist eine Treppe Okay Also wenn ich jetzt runterfliege Ist es vorbei Was soll ich da schon mal gesagt sein Ja das geht aber noch Das geht noch So schlimm ist es nicht Das geht noch Das geht noch Also hier kann man gar nicht so krass runterfallen Das finde ich wichtig Guck mal ich bin schon wieder hier Let's go Ich hab's Kann ich die Leiter Ne Wozu ist da eine perfekte Leiter Hä Ist ja voll realistisch Dann würde ich bestimmt nicht die Leiter nehmen Ne Drecksgame Hier sind irgendwo Löcher Ich vertraue keinem Menschen Ich vertraue niemanden Bei wie viel Prozent bin ich ungefähr Chat 60 Es geht hoch Es geht hoch Es geht hoch Ich muss dich wirklich da rauf oder Kann ich hier rauf oder muss Ist es Fliege ich da runter Kannst du schwöre Lace Dass ich da rauf kann Schwörf deine Mutter Dass ich da rauf kann Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Let's go Huh Nein Fick mich Digga Und wie komm ich jetzt hier Ach Bye 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 Die Erde und die Welt Ich verlasse euch Joah Wie episch Keine Wolken mehr in Sicht Kein Leben mehr in Sicht Wo werde ich hingebracht Wo werde ich hingebracht Okay Jetzt beginnt eigentlich das richtige Game Yo Ask And it will be given to you Seek And you will find Knock And it will be open to you Ich werde ich vous epische musik annehmen wir machen das so ohne musik ist das schön das erste mal hier zu sein kann ich brennen in den game wie soll ich hier auf dem verfickten apfel rauf ach so das ist viel zu easy das komplette game ist viel zu easy für mich muss ich auf dieses ding hier auf hier muss ich die ganze zeit lang laufen oh mein gott das machen wir ganz diese ganz lockere machen alter wie hoch geht das konzentration die schmuggel die schmuggel guck mal wie das von hier oben alles aussieht josef danke dir für deine zwei euro es regnet boah da muss ich hoch alter ihr wollt mir erzählen dass ich von hier da rüber muss oder da rüber easy mach ich auch also auch 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 Okay Also ich merke, die Sprünge werden langsam Wirklich respektlos Oh, die Lerlinge, was ich hier mache gerade Okay Wohin? Da rauf Ich glaube hier rauf Uh, let's go, let's go Wir haben es gleich Wir sind gleich durch, entspannt euch Wir sind gleich durch, noch 10 Minuten Oh mein Gott Was ist das? Was war das? Oh mein Gott Wie viel kommt da noch, bitte? Muss ich in das Feuer? Muss ich in das Feuer da? Ich komme in die Hölle Ja Er bringt mich da rüber Ja Hallo Rohat, kannst du eine Abmoderation für ein Referat von Niklas und Noah machen? Okay Okay, warte Mach ich gleich Das war's mit der Präsentation von Niklas und... Warte mal Das war's mit der Präsentation von Niklas und Noah Ich hoffe der... Das war's mit der Präsentation von Niklas und... Das war's mit der Präsentation von Niklas und Noah Das war's mit der Präsentation von Niklas und Noah Ich hoffe die Präsentation... Ich hoffe die Präsentation hat euch gefallen Ich wollte gerade sagen, lasst ein Like und ein Abo da Das war's mit der Präsentation von Niklas und Noah Das war's mit der Präsentation von Niklas und Noah Ich hoffe die Präsentation hat euch gefallen Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt Könnt ihr euch bei Niklas und Noah melden Weil sie kennen sich mit der Thematik zu 100% aus Gebt den beiden eine Eins Seid gnädig Und viel Spaß bei eurem Schultag War gut, oder? Haha Sieht mir so aus, als möchte ich... Warum muss ich lang? First try Ah hier LOL Original, jetzt sind wir auch in der Schule Es gibt keine Zufälle Das Periodensystem Es gibt mir eine Sache, Chat Ich sag's euch direkt Sagt mir eine Sache, ich weiß es direkt, Chat Easy Brom ist BR Easy C ist Chlor F ist Flur I ist Jod CL ist Chlor Ach schein Digga, die Periodensystem ist auch falsch Wo ist denn... Hä? Was ist das für ein Kack... Scheiß drauf So, ich hab Chemie... Ich hab in meinem Chemieunterricht aufgepasst Deswegen werde ich das jetzt auch schaffen Weil ich früher mal Meff kochen wollte So Wie komm ich jetzt hier hoch? Welches Bett Ah Ist das easy, Digga Ist das easy Ey, ich bin schon auf einem anderen Planeten So schnell? Diese Stühle, Chat, haben Arsch und Rücken gefickt Diese Stühle haben Arsch und Rücken gefickt Pain all day, Alter Ficken immer noch Meinen hier zum Glück nicht mehr Okay, ich hab das viele